Waihooo! Einen einzelnen Computer. Also sie ist eben halt Brogy Mannequin, ich bin das Blaue, ich kämpfe gegen das Graue und dann Gradibane. Ja! Ja! Man könnte eigentlich sagen, das sind eigentlich nur getrunkene Sumo-Wrestler, die versuchen, sich gegenseitig aus der Arena rauszukicken. Mehr Sinn hat das Spiel auch nicht. Ja! Nein! Aua! Das ist doch weh! Und ich finde sie sich einfach extremst cool. So! Oh! Oh nein! Oh! Nein! Oh Gott! Aua! Mensch! Schubst du mich einfach runter? Yeah! Ja! Los! Oh Gott! Oh! Nein! Autsch! Also ich glaube, dieses Spiel kann man auch erst mit 10 Promille erst richtig spielen. Oh Gott! Nein! Aua! Oh Gott! Der Gehtner kommt! Ja! Meine Chance! Ja! Er steht fast außerhalb der Arena! Oh Gott! Nein! No! Die immer weiter ran kommt! Ja! Jetzt fliegt er raus! Jetzt fliegt er raus! Oder? Juhu! Let's go! Juhu! Juhu! Und damit habe ich gewonnen! Ich renne noch gerade aus der Arena raus! Na, scheiße! Ich will das schaffe ich! raus aus hier schaste und damit suchen wir uns jetzt meine neue Arena aus zusammen mit ihm machen nehmen wir mal ein Seesaw das immer auch ein Seesaw ist, habe ich keine Ahnung so, ich gehe in den Computer, bam ach Gott, das ist eine Wippe ok, go oh, nein, nein aufstehen ob ich wieder auf die Wippe raufkomme drehen, drehen, drehen ja, nein na gut, der Computer schafft das wenigstens auch nicht also ich kann nur wirklich die vier Fighters benutzen und eben halt noch Enter hier so zum geilen zuschlagen und hinfallen so, dann renne ich eben halt um das Ding herum ja los schaffste weiter, weiter so, jetzt stehen bleiben stehen bleiben drehen und weitergehen oh, 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 oh er ist raufgeflogen die Unfair sind auch rauf der will wirklich auf die Wippe rauf geil, die immer hinfallen Angriff der Spaten ja der Spartiaten ja, ich bin wieder oben drauf so gut oh Gott, Führzustellung, Führzustellung nein, nicht die Seite, nicht die Seite andere Seite oh Gott, was macht er da? nein, ich will nicht wieder runter nein ich will nicht wieder runter oh, oh, oh bei diesem Spiel kann das manchmal so zu so coolen Zufällen kommen das glaubt man gar nicht ja ah, au vor allem, wenn man noch mit drei Computern spielt anstatt nur mit einem lass mich aufstehen oh Gott äh, Kraft, Kraft, Kraft äh 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 da ja weg mit dir wow scheiß, ich bin schon wieder auf die Fresse gefallen äh äh da äh 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 pst also es ist da, es ist gleichlich zu halten, ich finde es echt schwierig äh äh geh weg au dass sie sich auch nicht verletzen oder so, ne man sollte hier nochmal so einen Blood Mode rein tun über so ein Blutbomb wenn man äh scheiße, scheiße nein, 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 nein drehen, 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 drehen drehen, drehen, drehen auf zur Mitte auf zum grauen hit hit aah aua ja, er rennt raus nein, nein, nein dreh dich wieder zum Rand schnell, ich muss ihn rausschubsen hey, der drittst die ganze Zeit von mir weg oder von mir weg die 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 Euro aber das schäfen der ja, sehr gut aus aber gott bam ja ich hab gewonnen so ok jetzt jetzt kommt der arena selection up on the stage okay ich weiß dass das ist und jetzt werde ich mit drei computer das heißt dreimal so viel fand oh mein gott ich bin auch noch was macht ein braun an meinem arsch nur der wegrennen hey nein da was er kurz geleckt ja aufstehen aber das stimmende hat der tatsache was mach ich denn da endlich kann ich meine zähne berühren der grüne kommt auch nicht mehr hoch da kann ich jetzt eigentlich wieder aufstehen ich will den zum braun ich kann mich nicht drehen ja los ja uah uah bäm uah ich tanze die wand an ja gar nicht wow was macht denn der brauner da ich möchte schon ruhig bleiben brauner ja ich krieg dich gleich ja da 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 fall doch hin so jetzt krieg dich aber ja ja bäm uah uah weißt du fällt auch schon fast raus wir uah wieder gut abgeben auf denen grünen uah uah hallo Ah, jetzt geht's hier los. Ja. Ich mag den Braunen noch gar nicht. Ey, tritt der mich einfach, wenn ich aufstehen will. Ich bin oben. Gewonnen. Ja, na scheiße. Ja, aus den Grauen. Da, weg mit dir. So, jetzt aufstehen, Blauer. Los, Johnny, steh auf. Du schaffst das. Ja. Endlich hier oben. Auf den Grün. Der hat's verdient. Dieser scheiß Hippie. Nein, 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 nein. So. Langsam geht's zum Randzeug. Ja. Oh, schafft der Grüne das noch? Dö, dö. Ha, ha. Auf den Grauen. Los, Brauner. Machen einen Team Tag. Oder wie immer das heißt beim Wrestling. Oh, no, 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 no. Oh. Ich glaube, das ist ein bisschen schief gelaufen. Steh auf. Ja. Du schaffst das, Johnny. Ey, du bist oben. Los, auf ins Getümmel. Ja, ja. Uah, wilde Spastiken. Ach, scheiße. Erbauen, man. Oh, 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 oh. Drehen. Ganz langsam. Drehen. Jetzt Angriff. Ja. Nein. Ich hab das beide umgeschubst. So, steh auf. Wow. Was mach ich denn da für ein Mega-Monkey-Jump, ey? Ja. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Juhu. Der weiß ist runter. Bam. Da waren es nur zwei. Oh. 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 Oh Gott. Aua. Äh, du tust mir weh. Ich kann ein bisschen tanzen mit meinem Bein. Wupp. Und jetzt die andere Seite. Wupp. Ach, aufstehen. Kommt ein bisschen so rüber wie Twister. So. Jetzt rechte Hand aufbrauen. Okay, Angreifer. Bam. Nicht umgeschobst habe. So. Ganz vorsichtig. Du bist an der Kante. So. Auf zum Braun. Ja. Ich kriege ich. Da, da, da. Da, da, da. Ja. Das ist auch gedehnt. Jetzt kann es ja losgehen. Juhu. Wasch. Ja. Ö. Und das war sogar ein guter Schubser von mir. Okay. Jetzt noch ein Level. Ein Level geht noch. So. Arena Select. Bam. so ich hab schon auch mal ein paar länder durchgetestet und i go don't erst das soll ich nicht so ich ging drei computer jetzt geht's los ich bin immer noch der blaue ich glaube ich könnte schon an nein ja jetzt war ich unser aber das hat mir gerade auf ich bin noch nie in meinem leben glaube ich von der treppe runtergefallen wird selbst so richtig und auch verletzen so nicht dass ich mich erinnern kann wahrscheinlich nicht so hart auf den kopf gefallen dass ich mich daran verändern kann also der weiße ja geschieht ihm recht jetzt auch zum aus den anderen ich will die treppe rauf gehen wir brauchen die sich hingeschmissen hatte ja ich möchte als er hat ein grüner der einen jahr auf meinem arsch stellte mir einfach ein bein macht dem jetzt und die fehler los leck mein fuß ich kann gar nicht aufstehen ich kann gar nichts machen erst mal hinsetzen baum ja oh gott jetzt kann ich was machen was kommt grüner stirb oh nein 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 oh gott nein brauner ich warne dich geh weg nein der hat mich runtergeschossen mir fällt auch noch unter komm noch mal dass der ich will jetzt gerne aufstehen wieso keine ahnung ah nein muss er bei mir daneben spawnen dass er mich sofort runterschubsen kann ja nein ich fall runter nein egal weißer gemeinsam sind wir stark ziehe ich mit runter ich mach der brauner ein hier oben jetzt stecke ich auch noch unter ich will jetzt gerne aufstehen ich weiß gar nicht was der brauner da oben macht der rennt immer gegen die wand ja meint ich irgendwie gehen ich bald nochmal BÄM das ist normale Level und wer zuerst von der von der Plattform untergefallen ist der hat verloren ich gegen 2 also wer zuerst hier aus dem gelben Ding aus ist das heißt von dieser erhöhten Plattform go go von dieser der aus stehen ich schaff's hey der weißste sitzt auf meinem Fuß ja der braune verliert öh oh Gott ja ja nein 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 ich bin nur nicht komplett unten ich kann es erschaffen ja ja ich hab zuerst einmal unten drüber das heißt neue runde neues glück go go ich glaube man kann dafür auch level editieren oder beziehungsweise machen so aber ich weiß nicht genau wie das geht und wie man die einfliegt sobald ich das spiel seit gerade eben habe ja da weiß ich was unten er hat schon mal verloren und der brauner auch und ich habe auch jetzt verloren aber egal ich habe das letzte verloren das heißt ich habe gewonnen das letzte verliehen heißt gewinnen gegen den weißen gegen unterdrückung gegen das system da weiß ich glaube ich jetzt verloren doch sind schweißen es wird hinlegen der brauner hat verloren ist weiter und ich bin somit erster so neue runde neues glück hat es ist es ist es ist es ist es ist es einfach mal ganz aggressiv drauf sollte gewonnen wo der brauner stelle gewonnen woher okay reine arjen eine kippe eine um ab und das stelle mit da ich ging ein computer also ich den kopf das unsere brett jetzt trimmat ich bin ja voll der genieße los stelle ich hin aufstehen auf den jahr nicht aufstehen da 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 weg mit dir scheiße aber tritt ihn einfach auf den fuß ja ich möchte gerne aufstehen die unter von mir kategorien drehen 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 ich bin nicht zum rand ich bin nicht zum rand ja da kommt erst gleich unten da kann ich mehr viel machen ausstehen so als gehe ich ihnen leichten schubser zum rand zwischen und freundlicher schulterklopper ne ja jetzt ist er fast unten komm jetzt krieg ich ihn und er kriegt sich selbst ein jahr untergeschobst na gut und jetzt schmeiß ich mich nochmal drunter tja voll mit den eiern auf die kante na gut ich hoffe es hat euch gefallen und man sieht ja auch beim nächsten mal wenn es heißt let's test rein rein